Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Life is Strange. Wir haben in der letzten Folge David angelogen. Hier ist noch eine Kette. Oh, Chloe. Ich werde dich vor der letzten Zeit retten. Schicke Karre. Ja, wir müssen Warren finden. Ich will immer noch mit dem ins Kino gehen. Warren, können Sie mich hören? Max, jetzt, wo sind Sie? Never mind. Listen, Sie haben die Fotos. Ja, ich weiß, dass Sie das letzte Nacht in der Parking-Lot sind. Ja, aber warum? Es war nicht so großartig. Ja, es ist und ich will es. Wo sind Sie? Ich bin in der Two Whales Diner. Ich glaube, um irgendwas gegen den Sturm zu machen, müssen wir zum Leuchtturm. Aber das ist jetzt noch nicht unsere Aufgabe. Erstmal müssen wir die Zeit nochmal zurückdrehen. Los, fahr. Darf ich fahren? Ich kann das. Kann ich überhaupt Auto fahren? Ja, sieht so ganz gut aus. Ich habe gesagt, ich glaube, Limbo, haben wir uns vor Jahren warnen, dass unsere Kulturen von Sinnen und Entitlement wird dir zu Gott striken uns, und ich bin derjenige in dieser Du hast eine neue Message. Die Message wurde gestern am 9.00 Uhr bekommen. Max, es ist Nathan. Ich wollte nur sagen... Ich bin sorry. Ich wollte keine Kate oder Rachel oder... Ich wollte niemanden. Jeder hat mich verletzt. Herr Jefferson kommt für mich jetzt. All diese Scheiße wird bald. Watch out, Max. Er möchte dich verletzt. Ich bin sorry. Ja, äh... Ändert aber nichts daran, dass er jemanden getötet hat. Schön und gut, dass er uns jetzt warnt. Und schön und gut, dass er es bereut. Aber ich bin nicht so der Verfechter der christlichen Religion. Und nur weil jemand es bereut, hat er es nicht getan. Oder ist nicht mehr schuldig. Aber es ist... Wenigstens bereut er es. Wenigstens das. Soll das Auto auf dem Dach sein? Es ist ganz schön laut, diese Musik. Meine Güte, ich hoffe ihr hört mich überhaupt. Weil es ist ja auch ganz schön stürmisch. Da muss man noch mal ein bisschen schreien. Wer ist das? Ist ja die Hölle los. Warum sind wir nicht weggeflogen? Voll schade. Boah, war das laut. Da ist das Ding. Endlich in der Realität. Zumindest in der aktuellen. Los, wir müssen zum Bild. Rennen. Ich weiß nicht wo das ist, aber egal. Ich kann grad nicht. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich weiß grad gar nicht wo wir hier sind. Wo ist das? Ist das dein oder was? Ne. Schon wieder. Mann. Ich hab keine Zeit. Ja, wie denn? Wenn du auftauchst, muss ich immer aus dem Weg gehen. Ballert einfach mal irgendwo runter. Clever. Ja, wie denn? Machen wir das halt damit. Ich weiß gar nicht, warum wir uns überhaupt damit beschäftigen, jetzt hier jemandem zu helfen. Wir werden die Zeit ja hoffentlich eh wieder zurückspulen. Und dann ist es scheißegal, was hier passiert. Aber gut. Okay. So. Bitteschön. Das solltest du vielleicht auch tun. Naja. Das wird mal ein Meisterwerk? Wer hat das gesagt? Kommen wir nicht weiter? Bitte, 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 bitte! Bitte, 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 bitte! Oh. Ich kann's nicht sehen, diese Körperen. Naja, ist eigentlich nicht so schön. Wo ist denn dieses verdammte... Ist das hier? Ja, sieht so aus. Oder? Ne. Ne, ne. Ja, wahrscheinlich irgendwie... das Fenster hier. Was ist das? Gute Entscheidung. Oh. Schlechte Entscheidung. Ja, aber der Fischer war immer nett, den retten wir. Oh. Noch ein bisschen mehr. Ja, dann geh doch mal da weg. Ja, gut. Dann müssen wir irgendwie was anderes machen. Ja. Was ist das? Mann Gott, das interessiert mich jetzt gerade herzlich wenig. Ja, macht mich jetzt auch sehr traurig. Nein, ich will mir kein Magazin angucken. Junge, sag dem doch einfach, er soll einen Schritt zur Seite gehen. Kann doch nicht so schwer sein. Scheiße. Ich bin hier drin, ohne dass ich das Feuer erst einmal rauskomme. Ja, ohne Scheiß. Vielleicht töte ich den halt einfach. Ich sehe nichts. Hallo, was soll ich denn hier machen? Ja. Ja, mach sie nicht, das weißt du schon. keine. Ja. Ich habe das beers zuдue. Da muss man erstmal jemanden töten, um ihn zu retten. Halt den Mund und verschwinden. Okay. Raus hier, los! Da vorne ist das Diner. Los, Attacke. Lauf doch! Wird mich interessieren, ob die Obdachlose unsere Warnung ernst genommen hat und schon weit weg ist. Das ist nicht so gut gelaufen. Warum ist es jetzt explodiert? Achso, ich verstehe. Ich hab ein bisschen Zeit zu spuren, damit ich reingehen kann. Und dann alle rausscheuchen kann. Hallo! Ich will da rein. Wirst du doch wohl da rübersteigen können. Boah, ist das... So ein Pratsch. So. Dann machen wir es halt so. Komme ich jetzt da rein? Danke. Geht woanders rum. Hier, irgendwie? Warren! Oh! Der Hund! Ist das Pompidou? Pompidou! Hoffen wir es. Hoffen wir es. Dass es kein Test ist, das wissen wir. Man sieht den Tornado. Ja, wir schauen. Ja, wir schauen. und alle diese Menschen da draußen. Ich weiß. Okay, geh mal rein. Ich muss zurück zu diesem Mann auf dem Boden. Warren hat alle die ersten Hilfe genommen. Es ist nicht viel, Joyce. Aber es ist alles, was wir haben. Gib mir das Bild. Du bist okay, Warren? Wie war ich alle diese Warnungen, Max? Die Schnee? Die Schnee? Die Eclipse? Es gibt nichts, was du kannst damit machen, Warren. Ich bin so dum. Ich sollte es sehen. Ich sehe es nicht kommen. Tja. Gib das Bild. Aber wir können uns erst mal Zeit nehmen. Vielleicht sterben wir dann sofort. Okay, Max. Entschuldigung, während ich diesen anderen Mann helfe. Frank. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Ja, das macht zwei von uns. Nein, wenn ich nur Rachel zurück hatte. Jetzt Max, was über die Info, die ich dir gegeben habe? Haben Sie und Chloe herausgefunden, was zu ihr passiert? Ist wieder genau die gleiche Sache. Ist vollkommen egal. Ich zocke mal, Rachel ist tot. Oh, Frank. Ich weiß nicht, wie ich das sage. Ich weiß nicht, wie ich das sage. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bitte. Nein, nein. Nicht Rachel. Sie kann nicht so sein. Sie sind sicher? Ich meine, wie Sie wissen? Wir haben die Namen, die du uns gegeben hast, um ein Pfarrhaus zu schrauben. Mein Professor, Mark Jefferson, hat diesen schrecklichen Fototortierplatz. Und wir haben herausgefunden, dass er Nathan Prescott benutzt hat, um Blackwell-Studien zu schrauben. Prescott? He-He-He. He-He. He-He. Ich wusste das nicht. Ich sollte nie mit dem schrecklichen Punken aufhören. Papadou hat ihn hate. Ja. Sie haben gesehen. Sie haben gesehen, Rachel. Oh, wenn wir ihm jetzt auch noch sagen, mit den Drogen, den er ihr verkauft hat, das spielt keine Rolle. Rachel. Oh, Gott. Sie war eine gute Sache in meinem Leben, Max. Ich weiß, dass sie zu jung war. Ich erwarte, dass sie mich verlassen hat, aber nicht so wie es passiert. Ich hätte sie nie vergessen können. Ich weiß, dass Chloe und sie nahe sind. Ich hatte Angst, aber ich weiß, warum Rachel Dugger war. Und Chloe war genug zu fragen, um mir zu helfen, nach all dieser blöden, die wir durchgeführt haben. Chloe würde das nicht verstehen. Du weißt, das letzte Mal, dass ich meinen Vater kennengeler hat, der Bessert hat die Bibel und gesagt hat, er will, dass er in seinem Haus verabschiedet ist. In anderen Worten, um das richtig zu tun zu tun. Ich auch. Und vielleicht hast du mir geholfen, Max. Keine Ahnung, ich glaube, du bist immer wunderschön. Aber du bist cool. Danke. Wo ist Chloe? Ja, das war die erste. Vor der Folge hatte ich Angst. Ich werde sie finden, das ist eine gute Antwort. Naja, vielleicht schon. Ich bin auch sehr sorry über alles mit David. Du hast keine Kontrolle über das. David ist ein Junge. Und er hat viel mehr Zeit und Erfahrung unter seinem Bein. Ich meine, wenn er es nicht immer zeigen wird. Es tut mir leid. Ich bin sehr sorry, ich habe so viele Probleme mit David und Chloe. Du hast das richtig gemacht. David übersteppte seine Grenzen. Ich hatte eine Überraschung, dass er seine private Beinigung sehr sehr ernst hat. Aber er ist sorry. Und ich wünsche, dass er jetzt hier war. Ich will nur unsere Leben wieder normal sein. Ja, das wäre schön. Okay. So, seid ihr durch jetzt? Max. Max. Max, ich hatte es einen Fehler durch den David. Ich hatte einen Fehler durch den David. Es ist ein Stein in the Shadow. David hat meine Leben aus dieser Sturm ges krank. Der Herr sagt sehr gut, selbst wenn er nicht wie es wird. Aber das muss sein sein sein. Ja, das verstehe ich auch. So, Warren. Wenn du wüsstest. Okay, wir sagen es ihm. Er hat Chloe getötet. Er hat Chloe getötet. Er hat Chloe getötet. Ich kann das nicht passieren. Ich muss etwas machen, Warren. Max! Gehen zurück in Zeit ist das, was die Wärme causiert. Alles, weil... wegen mir? Warum? Ich bin nicht ein wahrer Wissenschaftler. Obwohl ich sie in der Schule spiele, aber... das scheint eine pure cause und effektivität. Vielleicht die Chaos-Theorie. Ja, das war auch keine schöne Sache. Ja, das war auch keine schöne Sache. Gib mir jetzt einfach das Bild. Ich will diesen Sonn of a Bitch! Wo ist er? Bustet. Historie. Ich muss schnell verändern, um es wieder zu machen. Ist das schlecht? Für jede Reaktion gibt es eine Reaktion. Wenn du, wenn du die Reaktion oder die Zeit veränderst, vielleicht bekommst du eine Reaktion. Ja, das ist richtig. Das stimmt auch. Gib mir das Bild. Gib mir das Bild. Dann nehme ich es mir. Ich wünschte, dass wir mehr Zeit zusammen hatten. Glaubst du mich? Max! Natürlich glaube ich. Du bist die größte Person, die ich noch kennengelernt habe. Ihr könntet noch später rumschulen. Du bist die Möglichkeit. Du bist dafür, dass du mir bewusstst. Sempre. Ich habe nur sie nicht nur das Gefühl und mich bemerksam. Ich wünsche mir ihnen meine Gef طenite. Ich glaube, dass wir immer wissen, ob es ist magische und science. Auch wenn es etwas von einem Wischen oder einen Wormholt, bist du ein Teil mit einer größeren Stoff. Ich habe keine Gedanken, oder Besonderes. Ich glaube, inlo Products nicht. Aber nach diesem週間, ich habe das Gefühl, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Das macht uns beide, Warren. broke mir das Bier. Ja, das war dabei. Ich glaube, es ist nur für dich. Warum? Max. Ich bin sorry, dass du in dieser Zeit getrennt hast. In dieser... Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber ich habe total faith, dass du das richtig machen kannst, wenn die Zeit kommt. Ich bin so stolz von dir, Max. Wie kann man mehr Moment in der Geschichte sein? Und ich bin in der Mitte mit dir. Also danke für mich. Danke für mich zu sein. Sempre. Okay. Und tschüss... Hey, be shower meine apparently. Wie er uns einfach glaubt. Wisst ihr was? Die Entscheidung treffen wir in der nächsten Folge. Bis dahin invisible... Vielen Dank.